Die ILA 98, ein Fest für Fachleute und Besucher. 825 Aussteller aus 32 Ländern sorgten für den großen Erfolg der Ausstellung. Publikumsmagnet waren die täglichen Flugvorführungen. Ob Großraumtransporter, Militärjet oder Kunstflugstabler. Bei diesem Flugwetter kannte die Begeisterung keine Grenzen. Der Zugbau ist 37. Ami, Kaspasar, Italien, Fluch, Rehstation. Im Spiegelkunstflug die tschechische Staffel Skybox. Ortswechsel, Werneuchen bei Berlin. Hier bereiten sich 8 AN2-Crews auf den Flug nach Berlin-Schönefeld vor. 10.000 Besucher der ILA 98 sehen am 23. Mai die bisher größte Formation von AN2-Doppeldeckern. Waldstwerin, Fluch, Rehstation einige verabschieden vonãfieren, fluchs geredten und flachen. Ich salde mal kurz zu testen, harbe mal an die Bereiche die äußerstellen Stechers my đến. Tinzsменétais im Kleingarten verbrühe. Hast du nicht mehr dazu stehen? stächr IV, das hier цветetreieажу. deięh.